weil er einen schweren Fehler gemacht hat und jetzt hofft er natürlich dass Mandy ihm verzeiht wir haben uns auf die Suche nach Mandy gemacht um zwischen den beiden zu vermitteln damit sie ja nicht den Glauben verlieren denn Liebe heisst verzeihen Oh da kommt sie schon die Unglückliche hallo du ist das eine Kamera ja das ist eine Kamera und vielleicht möchten sie da draußen jemandem etwas sagen ja sicher ich grüße meine Mama und Onkel Günther Mama du koste am besten und Charlie den kleinen Dackel von Elke und nein 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 Nein